Hallo und willkommen zu einer neuen Folge. Zu einem neuen kleinen Projekt. Ich spiele auf dem Map Chipping Northen. Das ist in den Cotswolds. Ist der Hof von Jeremy Clarkson. Das ist das erste Gerstenfeld. Das ist das einzige Gerstenfeld, das ich habe. Das bringt er noch zum Lagerplatz, der etwas abseits gelegen ist. Auf der polnischen Karte muss es natürlich auch weiterhin Updates geben. By the way, das ist einfach 3.00 Uhr nachts, weil ich das Video gerade aufnehme. Das ist das Gerstchenfeld. Oh Gott. Oh Gott. Ein bisschen welcher abladen, aber da hat man auch gleich die Bahn deutlich zu Ende, oder? Ja. Also das ist jetzt recht alles super. Auf dieser Farbe, ich press ein paar Ballen, die Kühe sind auf der Weide. Die Mildröscher entladen. Die Mildröscher entladen. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Sorry, ich hab nie aufgepasst. Das war mein Fehler. So. 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 Ja. Ich frage mich immer noch, ob ich das Ganze wegbekommen soll oder abtransportieren soll. Oh ja, die Duschprogramme. Das hat keiner gesehen. Oh. Ich bin der schlechteste Farmer einfach. Oh. Hier stehen überall Autos. Der Hofladen läuft. Oder das Restaurant. So. Jetzt mal wieder ein. Muss ich sagen. Ciao, ciao. 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 Ciao.